Wir sind jetzt bei einem medizinischen Thema. Es geht um die Wechseljahre. Viele Frauen leiden unter Wechseljahresbeschwerden. Durch diesen sinkenden Hormonspiegel kommt es immer wieder zu Hitzewallungen, Schlafstörungen oder auch Depressionen. Die sogenannte Hormonersatztherapie, die ist immer wieder umstritten. Aber Pflanzen aus der Natur können eine große Hilfe bieten. Das weiß auch unsere Frau Apothekerin, Frau Mag. Barbara Hase. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Welche Substanzen aus der Natur kommen denn zum Einsatz? Also typische Pflanzen sind sicherlich einmal Soja, Rotklee, Salbei, Frauenmantel, aber eben auch die Traubensilberkerze. Okay, also das meiste ist davon bekannt, aber Traubensilberkerze vielleicht nicht. So, woher kommt das? Die kommt eigentlich aus Nordamerika. In alten Zeiten ist die schon lang verwendet worden. In verschiedensten Bereichen in der Medizin. In Europa findet man sie seit dem 17. Jahrhundert. Und seit den 40er Jahren, eigentlich des vorigen Jahrhunderts, wird sie eben auch im klimakterischen Bereich angewendet. Und da halt vor allem bei diesem Hot Flush oder Flash schon fast, ja, wenn das so in die Hitze ins Gesicht schießt, auch eben bei übermäßigen Schwitzen oder eben Unruhe und auch Schlafstörungen zu teilen. Inwieweit oder wie weit können denn die Beschwerden bei den Wechseljahren gemildert werden? Also es wird ja gerade die Arzneipflanzen gerne sehr gut untersucht in den letzten Jahren. Und es gibt mittlerweile auch wirklich schon gute Studien, die eigentlich einige wissenschaftliche Belege vorweisen können. Und bei der Traubensilberkeits, da gibt es ja einen Spezialextrakt, wo fast nach 14-jähriger Einnahme bei manchen schon eine positive Wirkung eintreten kann. Es ist halt bei den Arzneipflanzen trotzdem so, dass natürlich durch regelmäßig Einnahmen über einen längeren Zeitraum natürlich dann auch eine weitere Wirkung gegeben ist. Aber es kann auch wirklich schon relativ schnell eine Wirkung eintreten. Also ein bisschen Geduld sozusagen bei diesen Medikamenten. Das braucht ein bisschen, ja. Ich denke noch, wir haben uns dem Körper auch ein bisschen Zeit lassen in manchen Bereichen. Ja. Wie ist das mit der Dosierung? Gibt es eine Überdosierung bei der Traubensilberkerze zum Beispiel? Oder sind gewisse Dinge bei der Einnahme zu beachten? Also bei der Einnahme ist auf jeden Fall an die Dosierung halten. Und wirklich Präparate nehmen aus zuverlässiger Herkunft. Es ist für ein paar Jahre, es sind im Internet hochdosierte Traubensilberkerzenpräparate aufgetaucht, wo dann schon Nebenwirkungen noch aufgetreten sind. Was natürlich dann zur Folge hat, dass das noch besser untersucht wird. Aber es sollten wirklich, wirklich gut zuverlässig Präparate gewählt werden und dann nicht die Dosierung überschreiten. Und das ist ganz generell wie bei jedem anderen Medikament auch, dass man einfach, wenn irgendwie ein Gefühl auftritt, ich weiß nicht, seitdem ich das nehme, fühle ich nicht gut oder kann das eine Nebenwirkung sein, einfach nachfragen. Und von dem her ist das dann sicher gut kontrolliert. Also nicht nur, weil man sagt, das ist eh nur eine Pflanze, sozusagen einfach willkürlich dosieren. Das kann man nicht oft genug dick unterstreichen. Jetzt hört man ja auch immer wieder, dass in gewissen Lebensmitteln diese Stoffe drinnen sind. In welchen Lebensmitteln ist das ja vorhanden? Man hat das eigentlich durch Beobachtungen von den Asiatinnen, wo man sieht, dass die Neigung zu menopausalen Beschwerden doch signifikant niedriger sind als bei Frauen im westlichen Teil. So ist man eigentlich schon auch mit drauf gekommen. Und die Sojabohne hat man dann relativ schnell untersucht und auch die Inhaltsstoffe recht schnell herausgefunden und hat dann natürlich weiter geforscht und hat das in den Rotklee gefunden und eben im Salbei und so weiter. Und das sind einfach Inhaltsstoffe, die nützen, die bestimmte Estrogenrezeptoren, nützen sie als Ankerplätze und können mehr oder weniger eine Estrogen-ähnliche Wirkung zeigen. Aber sie können genauso gut auch das beeinflussen. Sie können genauso gut Synthese beeinflussen, Transport beeinflussen. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Und so ist eigentlich auch das Wirkprinzip. Also das steckt dahinter. Die nützen einfach die Ankerplätze, die wir eben haben. Interessant, ja. Homöopathie ist natürlich auch immer wieder eine große Hilfe. Kann da auch homöopathisch behandelt werden? Ja, es gibt ja auch so Komplexpräparate, wo man immer ganz gut eine recht große Gruppe von Betroffenen umfassen kann oder erfassen kann, erreichen kann. Man findet da zum Beispiel nur die getrocknete Tinte vom Tintenfisch zum Beispiel. Das findet man meist in diesen Komplexpräparaten. Aber gerade bei der Homöopathie ist es ja wirklich so, wenn man mit Einzelmitteln arbeiten möchte, dann muss man wirklich so ganz speziell mit feilen Gefühlen eine Anamnesie erstellen und dann wirklich so ganz persönlich abstimmen. Auf die Person abstimmen, ja? Genau, das hängt natürlich dann zum Verdünnungsschritt und so weiter. Aber es ist natürlich auch homöopathisch, es sind auch gute Erfolge gegeben. Dann danke ich Ihnen herzlich fürs Kommen, Frau Magistra. Dankeschön.